Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren Transgender mein Name ist Peco. Willkommen bei PecoLP mit einem neuen Tutorial Part 3. Heute Twitch und du deine Plugins. Ja, womit beschäftigen wir uns heute? Ich habe mir heute vorgenommen, dass wir uns mit den Plugins beschäftigen. Klar, das ist ja auch Thema. Dabei werde ich mich halt nur darauf konzentrieren, was ich selber benutze, weil ich für die anderen nicht sprechen kann. Aber ich möchte ja auch, dass ihr erst für den Anfang gerüstet seid und je weiter ihr dann geht, desto fortgeschrittener werdet ihr dann halt mit dem Streaming. Und ihr entdeckt bestimmt auch selber neue Sachen und ich bin eigentlich nur hier, um eure Kinderschritte, ja, um dabei behilflich zu sein, eure Kinderschritte zu wagen im Streaming-Bereich. Fangen wir also an. Wir brauchen vorerst einen CLR-Browser. Was ist ein CLR-Browser? Das ist eine Applikation oder ein Plugin für OBS, was auf Web-Resourcen zugreift, sprich Twitch-Alerts zum Beispiel oder CapChat benötigen diesen CLR-Browser. Ihr kriegt dann quasi einen Link, worauf OBS zugreifen kann und dieser Link enthält dann halt irgendwie Gimmicks, sprich ein Follower-Alert oder ein Chat oder keine Ahnung, was ihr so braucht. Um es zu installieren, manuell geht es natürlich auch. Ihr geht dann halt unter obsproject.com slash forum slash blablabla, Link habt ihr unten in der Beschreibung. Hier gibt es halt als, also dieser Plugin gibt es halt auch in 32-Bit und 64-Bit. Ihr lädt entweder beides runter oder nur eins davon, entpackt es. Und zieht, äh, ihr zieht dann die Daten ins OBS-Plugin-Ordner. Vorausgesetzt ist natürlich, ihr habt Microsoft Visual C++ und .NET Installation. Aber solltet ihr irgendwelche aktuellen Spiele haben, müsst ihr das eigentlich schon vorinstalliert sein bei euch. Und es gibt halt auch eine andere Variante, ohne dass wir das manuell installieren müssen. Da gehen wir unter CapChat. CapChat ist halt ein Chat. Früher war das halt so, ähm, für Twitch, dass man dann halt einen Webbrowser öffnen musste und diesen Browser als Fenster in, äh, in meinen Stream OBS-Gedöns, äh, ja, einfügen musste. Das war sehr umständlich, es verbraucht Ressourcen. Jetzt haben wir CapChat und, äh, es ist großartig. Es ist wirklich großartig, großartig, großartig. Ich kann, ich, ich liebe dieses Programm. Zumal das halt auch nicht so viele Ressourcen verbraucht. Aber, vorerst gucken wir uns mal einen CLA-Browser an. Dazu ziehe ich mal mein Fenster wieder hier rein. Das kennen wir ja schon. Ich hoffe, ich verwirre euch nicht damit. Und zwar, wenn wir zum Beispiel auf hinzufügen klicken, hatten wir CLA-Browser hier. Vorher, wenn wir ein Plugin nicht installieren, ist das hier natürlich nicht vorhanden. Aber, da ich das ja schon vorinstalliert habe, können wir mal da draufklicken. Und dann fragt ihr euch, ob wir einen Namen eingeben möchten. Dann klicken wir auf OK. Und so sieht das Ganze dann halt aus. Und hier geben wir dann halt eine URL ein, später. Hier geben wir das ein. Hier bestimmen wir die Größe, also Dimensions. Hier ist die Breite. Hier ist die Höhe. Und hier ist die Deckkraft. Und hier bestimmen wir mit wie viel Frames per Second, also Bilder pro Sekunde, es animiert sein soll. Alles andere lassen wir mal außen vor. CSS, wenn ihr euch damit auskennt, super. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich habe nämlich in meiner Ausbildung nicht aufgepasst. So. Hier können wir halt auch auf die erweiterten Einstellungen eingehen. Aber das soll uns erst mal weiter nicht interessieren. Weil für den Anfang wäre das halt ziemlich extrem. Gehen wir mal auf Cancel. So öffnet ihr ein CLA-Browser. Natürlich gibt es halt auch die Option, es unter den globalen Quellen einzufügen. Hier geht ihr dann halt auf globale Quellen hinzufügen. Und dann CLA-Browser hinzufügen. Was die globalen Quellen sind, habe ich in meinem vorherigen Tutorial erzählt. In Part 2. Und da könnt ihr euch das halt nochmal gerne angucken. Link werde ich hier mal ganz für ein paar Sekunden aufbereiten. Wow, Magic. Schnitttechnik. Magic. Und wo waren wir stehen? Wie beim Genau. CapChat. Das ist ein großartiges Programm. Link ist natürlich in der Beschreibung. Da geht ihr drauf. Auf dev.com. CapChat. Geht auf install4obs. Und ladet euch diese Datei runter. Diese Datei ist 80 Megabyte groß. Und ja, entweder habe ich schnelles Internet. Und das geht ratz-flatz, ratz-flatz, ratz-fatz. Oder auch nicht. Je nachdem. Geht dann halt auf Download, Datei speichern. Und ja, ladet diese Datei runter. Das ist am Anfang nämlich eine ZIP-Datei. Und ja, speichert das. Ich habe das ja schon gespeichert. Und dann öffnen wir das Fenster. Gehen mal zurück. Entpacken das Ganze. Wenn wir halt einen Rechtsklick drauf machen. Oder einen Doppelklick. Und sagen, Entpackung nach. Blub, blub, blub. Gehen da drauf. macOS soll uns nicht interessieren. Erstmal. Und dann haben wir hier ein paar Daten. Das ist wunderbar. Hier oben haben wir den CLA-Browser. Aber was uns interessiert ist Insta. Da machen wir einen Doppelklick drauf. Und installieren das Ganze. Das geschieht alles automatisch. Und wenn das passiert ist, können wir hier auf Next gehen. Am besten ihr startet OBS nochmal neu. Damit das halt auch übernommen wird. Also startet OBS neu. Genau. So, da war ich. Und dann könnt ihr hier Sache eingeben. Genau. Hier gebt ihr euch euren Usernamen ein. Nicht eure URL, sondern euren Twitch-Usernamen. Für mich wäre das halt peco.lp. Ein Chatfade bestimmt halt die Deckkraft. Je älter diese Chatnachricht ist, desto geringer die Deckkraft. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Wenn wir das anwählen. Und hier bestimmen wir halt die Zeit, wie lange so eine Nachricht halt angezeigt wird. Bevor die Deckkraft, also diese Deckkraft-Effekt einsetzt. Bei Showbots bestimmen wir halt, ob unsere Bots oder unsere eingefügten Bots auf, also im Chat mit beteiligt sind. Ob wir das überhaupt sehen. Wenn wir halt irgendwie so im Stream zum Beispiel, wenn mein Chat jetzt drüber wäre und mein Bot da irgendwie die ganze Zeit zuspammt, wäre das nicht so schön. Darum können wir das halt anschalten, ausschalten. Das erkennt CapChat natürlich von alleine. Chat-Theme sind die verschiedenen Chats. Die sehen halt alle anders aus. Wir haben einmal Alsonos. Das benutze ich ziemlich gerne. Und wenn wir jetzt auf Preview gucken, können wir sehen, wie es ungefähr aussieht. So sehe das dann halt aus. Im Chat. Das habe ich glaube ich genommen. Oder hier Better TV Light. Geben wir auf Preview. Dann würde das so aussehen. Ihr sucht euch einfach irgendwas aus. Bedenkt aber halt, dass ihr solche Schriften nicht so gut sehen könnt. Deswegen habe ich halt diese Variante genommen. Weil die Schrift richtig gut ist. Die Kontraste sind okay. Ansonsten habe ich das hier glaube ich auch mal genommen. Es ist halt ein bisschen kleiner, feiner. Je nachdem, wie ihr streamt. Und dann geht ihr halt auch auf Next. Danach bekommt ihr eine URL. Ich glaube, ihr wisst schon, wo das eingefügt werden muss. Gehen wir auf Kopieren. Hier wird dann halt noch eine Breite von 600. Ne Quatsch. Eine Höhe von 600 und eine Breite von 300 vorgeschlagen. Sollten wir vielleicht halt auch bedenken. So, dann gehen wir mal wieder auf mein OBS. Manimieren das Ganze mal hier, damit wir ein bisschen Übersicht haben. So. Und nehmen wir mal mein Capture. Das wäre hier. Oh, ich habe hier ein Chat. Genau da. Das braucht halt ein bisschen, bis es sich irgendwie aktiviert. Aber sobald es aktiviert ist, könnt ihr hier mal sehen. Wo packe ich das denn am besten hin? So, am besten da, wo wir es auch sehen können. So. Das ist jetzt mein Chat. Wenn ich mal da draufklicke, seht ihr, dass ich hier die URL eingegeben habe. Und ich habe jetzt natürlich nicht auf Capture gehört. Ich habe halt eine Breite von 400 zu 450. Warum auch immer. Und das sieht dann halt so aus. Ja. Hier die rote Umrandung verrät halt, wie groß das ungefähr ist. Ja. Damit haben wir Capture halt eingestellt. Stellen wir das mal aus. Somit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Indem wir CLA-Browser installiert haben. Und Capture. Dann gehen wir halt auf Next. Und dann ist... Oh. Oh no. Oh no. Nochmal weiter, nochmal weiter, bitte. Äh, genau. Das sind halt irgendwie so noch Sachen für Leute, die sich mit CSS auskennen. Ich kenne mich leider nicht aus. Also ignorieren wir das Ganze. Und dann sagt Capture uns. Das war's. Du kannst dich jetzt zurücklehnen und streamen. Aber Moment. Es kommt noch mehr. Gehen wir auf Close. So. Wir haben jetzt gelernt, wie man Capture installiert. Und OBS. Als nächstes gehen wir dann halt auf Twitch-Alerts. Das ist, glaube ich, ein Feature, worauf alle gewartet haben. Oder wo die Nachfrage halt hoch ist. Ich nehme persönlich Twitch-Alerts. Ähm, war in den letzten Zeiten nicht so zufrieden damit. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit läuft's ziemlich gut. Ähm, ja. Aber wie kommen wir drauf? Ähm, es ist ganz wichtig, dass ihr auf eurem Twitch-Account eingeloggt seid, bevor ihr das macht. Weil sonst erkennt Twitch-Alerts nicht, ähm, welcher User das ist. Ihr geht dann halt oben auf Launch Twitch-Alerts. Und dann kommt hier ein kleines, also eine neue Seite mit Twitch-Alert. Dann geht ihr auf Connect with Twitch. Und dann versucht Twitch-Alert jetzt auf euer Twitch zuzugreifen. Was, also, alles andere interessiert uns erstmal nicht. Wir gehen erstmal auf Alertbox. Das ist es wichtig für uns. Ähm, hier oben haben wir halt schon eine URL, welche wir, welches wir dann halt später ins, ähm, CLA-Browser eingeben. Ähm, ja, genau. Hier haben wir halt Alert-Setting. Hier können wir bestimmen, wie dieser Background-Color sein soll. Das sollten wir am besten nicht umändern, weil das ist halt grün. Das ist halt quasi unser Green-Screen für unser Alert. Ähm, Alert-Delay. Hier können wir halt bestimmen, wie lange es braucht vom Follow, äh, bis es dann halt angezeigt wird. Hier habe ich halt zwei Sekunden. Hm, ja, hier haben wir dann halt noch Empfehlungen. Ich hoffe, euer Englisch ist gut. Ansonsten, ja, könnt ihr das halt auch übersetzen. Alles so modern heute. Hm, Layout. Hier könnt ihr halt bestimmen, wie es aussehen soll. Hier haben wir halt ein Beispiel. Ich habe halt jetzt Text-Unterbild. Hier habt ihr auch, ähm, Text im Bild und, äh, Text neben dem Bild. Wie ist es euch beliebt? Das könnt ihr alles selber kostümisieren. Ähm, Follow Alert. Das ist ganz wichtig. Äh, es ist halt auch wichtig, dass es auf Enabled steht. Enabled heißt, äh, eingeschaltet. Disabled heißt, ausgeschaltet. Äh, hier haben wir wieder unsere, unser Layout. Ähm, Alert-Animation heißt halt... Ja, hier habt ihr viel Auswahl. Äh, wie es animiert sein soll, äh, sobald es angezeigt wird. Ich habe jetzt Zoom-In. Äh, ihr habt halt auch Fade-Out, in dem das halt einfach, ähm, ähm, so, so von der Deckkraft erhöht wird. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Einblendung oder so. Naja. Hier habt ihr halt auch Spring und, ähm, ja, dass es halt irgendwie so in das Bild kommt. Und, ja, also genau, links ist halt, ähm, die Animations-Anfang und rechts ist halt Animations-Ende. Ne? Hier habt ihr dann halt Message-Template. Äh, das ist die Nachricht. Äh, diese Klammern bestimmen halt, wer gefollowed hat. Hier steht halt einfach, äh, ich weiß gar nicht, wie man die hier nennt. Ich nenne die einfach mal komplizierte Klammer. Und da drin halt ein Name. Das wird dann halt automatisch eingefügt. Und sobald jemand followt, wird sein Name eingefügt. Und dann, danach könnt ihr dann halt die Nachricht eingeben. Ich hab jetzt hier eingegeben, war hier. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mich selber followen würde, steht dann halt Peco LP, war hier. Ne? Ihr könnt ihr dann bestimmen. Bei Text Animation könnt ihr dann bestimmen, so, immer schön der Reihe nach, ähm, wie unser Text animiert ist. Ihr könnt, Bounce heißt halt springen, Puls heißt halt pulsieren, Rubberband heißt halt Gummiband. Und, ja, ziemlich eine heutige Sache. Äh, bläh, ich kann nicht mal reden. Ja, was hab ich denn jetzt vorher? Hab ich Wave? Ja, ich glaub, ich hab Wave. So, bei Image könnt ihr dann halt auch Bilder einfügen. Und das ist euch freigestellt. Ähm, natürlich gibt Twitch Alert halt auch, ähm, ja, einige Bilder her, die ihr benutzen könnt. Aber ihr könnt halt auch eigene benutzen. Darum Sound Volume. Ihr könnt halt auch eure eigenen Sounds einwählen. Das bestimmt ihr hier. Ich hab jetzt Lulu Select. Ich kann das mal abspielen. Achso, ich kann das nämlich nicht abspielen, weil ich das eigentlich gemutet hab. Naja, ich könnt das ja auch selber machen. Das Coole ist halt, hier haben wir noch Font Settings. Und das Gute ist halt, es greift halt auch auf Google Fonts zu. Unter google.com schrägstrich Fonts könnt ihr dann halt Fonts suchen und die einfach hier eingeben. Das ist großartig. Hier bestimmt hier halt auch die Größe. Unter Font Size, unter Font Weight, die Dicke. Text Color ist halt, ja, Text Farbe und Highlight Color ist halt die, ähm, ja, Highlights. Was halt heraussticht. Ah, ich hab's heute nicht so mit Wörtern irgendwie. Naja, und, ähm, ne Neuerung ist jetzt Alert Variations. Das ist eines der großartigsten Sachen und das hab ich mir schon immer gewünscht. Hier könnt ihr dann halt noch andere Variationen zu eurem, äh, Follower Alert machen. Also sprich, falls jetzt irgendwie fünf Leute followen, haben die nicht irgendwie die gleichen Bilder, sondern halt verschiedene, verschiedene Bilder, verschiedene Töne und das ist, wow, großartig. Guckt euch das an. Ähm, ja. Wenn wir das fertig haben, können wir dann halt auf Safe Settings gehen. Ähm, das, die gleichen Optionen sind halt auch auf Subscription Alert, aber das sollte uns am Anfang, glaub ich, nicht interessieren. Ähm, Donation Alerts, das können wir hier halt auch machen. Und Hosting Alerts, alles funktioniert gleich. Wenn wir das haben, nehmen wir unsere URL, fügen das wieder in den CLA-Browser ein. Gehen wir mal hierhin, hoppala, animieren das, ziehen OBS wieder hierhin. Und dann haben wir halt hier wieder unseren CLA-Browser, fügen unsere URL ein, bestimmen die Größe, gehen auf OK. Und dann, was wir machen können, wir können das mal testen. Und zwar gehen wir hier drauf und dann gehen wir mal auf Launch, dadurch. Wird das halt geprockt. Ne, Quatsch. Oh, sorry. Ne, wir gehen auf Test-Follower-Alerts. Das war's. Oh mein Gott. Peco LP war hier. Da oben sieht... Da oben sieht er, ist ja nie Nachricht. Wir können das halt gerne nochmal machen. Zwar jetzt leider ohne Ton. Aber, ihr seht, es funktioniert. Ja, das war ein Dashboard. Nein, das war nicht Dashboard, das war Twitch-Alert. Ich hab mich jetzt verlesen. Ähm, gut. Was haben wir denn noch? Wir haben ein Moobot. Ähm, die, die Geister streiten sich bei den Bots. Aber ich finde, die sind alle gleich nervig. Na gut, ein Night-Twitch ist nicht so nervig, komischerweise. Ich weiß nicht, warum ich nicht ein Night-Twitch nehme. Aber ich bin mit einem Moobot. Sorry. Körpergeräusche. Ich bin mit einem Moobot eigentlich ziemlich zufrieden. Ähm, hier das gleiche wie bei Twitch-Alert. Connect with Twitch. Und dann, ähm, sucht er halt meinen Twitch-Account. Und, ähm, ja, es ist natürlich alles auf Englisch. Leider, leider, leider. Hier steht dann halt Willkommen. Ähm, hier können wir halt eine Tour machen oder das Skippen. Ich kenne das hier schon. Skip. So. Was sehen wir hier erst? Man ist ein bisschen überfordert am Anfang. Ich war's halt auch. Aber, keine Schonde. Das kriegen wir hin. Hier oben wird mir schon gesagt, dass Moobot, äh, Mod-Rechte braucht in meinem Chat. Hier unten sehen wir dann halt auch unseren Chat. Ähm, ähm, hier können wir das halt auch befolgen. Not detected as moderator. So, hier geben wir dann halt im Chat. Also, diese Nachricht sagt uns halt einfach, dass wir im Chat, M-U-D, Moobot eingeben sollen. Ähm, was das bedeutet, äh, wird später erklärt. Und da habe ich halt auch noch ein Compendium für, äh, Befehle im Chat für euch bereitgestellt. Mod heißt dann halt, Make-Mod, also Make-Mod, mache einen Moderatoren. Und, äh, Leerzeichen und dahinter dann den Namen. Ich möchte quasi Moobot zu einem Moderator machen. Das bestätigen wir. Und, äh, ja, okay. Warum, warum, warum nimmt ihr das nicht? Ich kopiere jetzt mal halt, äh, Moobot Moderate. Wie es dann da oben gesagt wird. Wir sehen, was der jetzt sagt. Ah, so. Äh, schneller ging das halt auch hier drauf. What the hell? Ja, jetzt ist Moobot halt unser Moderator. Ähm, Status Grand. Commanded, sehr schön. Send Bot to Chat, sehr schön. Dann haben wir das halt alles eingestellt. Ich kann das halt auch hier, unter der Zuschauerliste, müsste Moobot dann halt auch aufgeführt sein. Genau. Sehr schön. Dann gucken wir uns mal die ganzen Pendels hier an. Ganz schnell, Command List. Das ist halt ganz wichtig, äh, für Befehle, die ihr halt auch, ähm, eigenständig einfügen könnt. Ihr seht hier, ich habe Multi. Das sollte ich mal ausmachen, weil das ist ja nicht mehr aktuell. Ich habe hier Skint für Ozu. Sprich, falls ihr irgendwie bestimmte Links habt oder irgendwelche Informationen, könnt ihr die halt hier einfügen. Ich weiß gar nicht, warum es Social aus ist. Ähm, sprich, das sind halt einfach Befehle mit Ausrufezeichen und dahinter dann halt einen Namen. Ich habe jetzt hier Ausrufezeichen, Social, das zeigt dann halt diese Nachricht an. Sprich, ähm, meine Facebook, meine Dividendart und so weiter. Und, ja, ihr könnt die dann halt hier unten eingeben. Ähm, ich nehme jetzt mal Test. Und dann geht ihr auf Create. Und hier könnt ihr das dann halt bestimmen. Ähm, hier gebt ihr einfach einen Text ein. Ähm, das hier ist für mein Tutorial. Äh, hier können wir dann halt die erweiterten Einstellungen angucken. Ähm, oh, das ist dann halt auch ziemlich viel. Aber damit beschäftigen wir uns erst mal nicht. Dann gehen wir auf Save. Und siehe da, wir haben einen neuen Befehl. Wenn wir das jetzt halt im Chat eingeben, gehen wir mal auf Close. Wenn wir jetzt halt Ausrufezeichen, Test eingeben, sagt Mubot uns, das hier ist für mein Tutorial. Großartig, großartig. So. Ähm, noch was ganz Wichtiges ist halt Spamfilter. Gehen wir mal auf Spamfilter Settings. Hier haben wir halt auch verschiedene Optionen. Ähm, erstens ist halt Excessive Use of Caps. Das sind halt, äh, wenn jemand viel zu viele Großbuchstaben benutzt, dann wird er halt erstmal in Timeout gesetzt. Es gibt halt zwei Varianten auf Twitch, ähm, wie man bestraft werden kann. Also einmal mit Timeout, da kriegt man halt für eine bestimmte Zeit halt ein Timeout. Oder man wird gebannt, für immer. Quasi, also Timeout ist quasi die, die, die stille Treppe. Und, ähm, Ban ist halt irgendwie so, wenn man jemanden enterbt oder sowas. Stellen wir uns das mal einfach ganz einfach so vor. So, Bandwords, ähm, das ist halt für, äh, ja, schlimme Wörter, die man überhaupt nicht benutzen soll, wie Scheiße, Hitler, Arschfick und so weiter. Ja, Excessive Use of Emotes. Falls jemand irgendwie ziemlich hart Emoticons benutzt, könnt ihr die halt auch bestrafen. Ich bestraft die jetzt nicht. Es kommt bei mir selten vor. Äh, Fake Purchase. Ähm, das ist halt, äh... Ich weiß nicht, ich hab das komischerweise on. Ich weiß aber nicht, was das ist. Keine Ahnung. La, 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 la. Ich glaub, das sind einfach falsche Nachrichten, die so tun, als wären sie richtige Nachrichten. Ich glaub, so war das. Äh, Links, genau. Das hab ich halt an, ähm... Das hab ich halt deswegen an, weil ich ab und zu mal League of Legends spiele. Und, ähm, es gibt ja halt auch manchmal Bots, die halt automatisch Links verschicken zu Skin-Seiten und irgendwelche Riot-Point-Seiten. Und die will ich nicht haben. Die werden dann halt automatisch gebannt. Und wenn man halt, wenn man einen Link reinsetzen will, fragt man vorher. Das ist Etikette auf Twitch. Ja. Und, äh, Twitch-Memes. Ähm, das... Ist dann halt dafür da, äh, um Nachrichten zu, ähm, zu best... Ne, Nachrichten zu löschen, die nichts, äh, im Chat beizusteuern haben. Spamming natürlich, wenn man halt ständig das Gleiche schreibt. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt aus ist. Äh, da drunter ist dann halt auch Excessive Use of Symbols, wenn man halt sehr viele, ähm, Symbole benutzt. Also sprich irgendwie so und oder, äh, Klammern oder irgendwelche Symbole. Also jetzt nicht Ziffern und Nummern, sondern wirklich Symbole benutzt, dann kriegt man dafür auch ein Bann. Oder Long Messages. Die kann man halt auch bestimmen, wie lang eine Nachricht sein darf. Was ziemlich cool ist, manchmal. Gut. Daneben haben wir dann Regulars. Das ist dafür da, dass, ähm, ich dann halt Zuschauer bestimme, die halt, ähm, klein extra Recht haben. Hier habe ich jetzt einige drin. Natürlich halt auch den Herrn Dademark, den ihr auch mal besuchen könnt. Ähm, Editors habe ich halt nur den Dademark. Denn, äh, ihr solltet auf jeden Fall aufpassen, wen ihr zum Editoren macht. Weil, ähm, Editoren haben ziemlich viel Macht über Moobot und euren Twitch. Ähm, deswegen passt ein bisschen damit auf. Auf Contribute können wir jetzt halt, ähm, spenden. Dafür kriegen wir dann halt Punkte, die wir ausgeben können. Das schaltet dann halt neue Features frei. Auf MISC. Ähm, ja. Das ist, soll uns erstmal nicht interessieren. Das ist erstmal unwichtig. Ähm, ja. Darunter haben wir dann halt, also ganz unten haben wir dann halt noch ziemlich coole Sachen wie Poles und Ruffle. Aber für den Anfang, ähm, ist es eigentlich erstmal wichtig, dass Moobot funktioniert. Und die ganzen bösen Leute und bösen Twitch-Zuschauern, die ziemlich böse, böse waren, erstmal aus eurem Chat verbannt. Ja, das war es erstmal mit Moobot. Und dann habe ich noch zum Schluss Chatmoderation Befehle. Link ist selbstverständlich unten in der Beschreibung. Ähm, das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Denn hier gibt es halt die Befehle, die ihr im Chat eingeben könnt. Zum Beispiel wie Mod. Das habe ich euch ja gerade erklärt und, ähm, ein Beispiel gezeigt. Ähm, hier habt ihr dann halt auch, falls ihr, ähm, manuell ein Bann setzen oder ein Timeout setzen wollt, habt ihr hier die Befehle. Oder vielleicht, ähm, hat sich jemand dann halt irgendwie gut verhalten. Und ihr wollt ihn anbannen. Hier haben wir dann halt auch einen Anbannenbefehl. Das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Und falls ihr irgendwelche Moderatoren habt, also jetzt keine Bot-Moderatoren, sondern richtige Moderatoren aus Fleisch und Blut, die hinterm Computer sitzen. Äh, zum Beispiel einen treuen Zuschauer. Könnt ihr, den könnt ihr dann halt zum Mod machen. Und der sollte sich halt auch diese, äh, Befehle angucken, damit der halt auch reagieren kann. So. Das war's, glaub ich, erst mal mit Part 3 meines Tutorials. Ähm, ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unverständlich war, schreibt unten in den Kommentaren, was euch gefehlt hat. Und, ähm, ja. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Falls es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen runter und schreibt irgendwas Konstruktives unten im Chat. Und, äh, falls ihr wollt, könnt ihr mich halt auch abonnieren. Das hilft mir weiter beim Twitch und bei YouTube. Ähm, ja. Nicht so, nicht so Woche oder vielleicht diese Woche kommt dann halt noch die vierte und letzte Woche. Da sprechen wir über Twitch-Etiketten und Twitch-Tipps. Genau. Tipps und Tricks, allgemeine Regeln. Ja, dann würde ich sagen, äh, euch noch einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Pecko. Bleibt gesund. Auf Wieder. Tschüss.